Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Episode The Division, zusammen mit dem Alex. Hallo! Der bekloppte. Hi Leute, auch bei mir, hallo. Hey, wir versuchen das Auto einzufrechen. Auf damit. Ja, nachdem wir ja letztes Mal die Daxon unsicher gemacht haben, also nicht die letzte Episode, sondern das letzte Mal, wo wir mit dem Alex zusammen waren, dachten wir uns, dass wir diesmal wieder ein bisschen Missionen machen. Und zwar haben wir noch eine Mission offen. Echt? Ich will das machen. Lass sie töten. Nein, auf damit. Das war sehr nett von Ihnen. Juhu, ein Windbreaker. Ja, erzähl weiter. Äh, genau. Und wir haben uns gedacht, wir brauchen Tech-Güter, deswegen machen wir die Mission jetzt. Und weil sie auch unserem Level entspricht. Genau. Deswegen sind wir jetzt hier zum Times Square gegangen. Haben wir das eigentlich schon mal entdeckt? Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal hier gewesen bin. Für mich steht unerforscht. Doch, ich bin... Ja, aber ich hab keine Erfahrungspunkte bekommen. Ich schon, du Noob. So, und wir wollen jetzt mal das Zeug hier anhören, ne? Genau, dann schauen wir mal auf der Karte. Warte, was er so zu sagen hat. Mir geht's nicht. Mir auch nicht. Warte, jetzt vielleicht? Ne, warte. Jetzt. Die Werbetafeln, sie gehen aus. Genau wie die Bürolichter. Oh, doch, die Heizung wird schwächer. Ich glaub, wir haben den Strom lahm gelegt. Ja, stimmt. Aber ist das scheißegal, ne? Guck mal, er hier. Er ist auch ein geiler Typ. Der macht einen Dicker still. Der ist ein bisschen müde. Shopping. Boah, der sieht aber aus, wenn er noch wach. Ich glaub, der ist tot. Sie sieht ja schon gut aus da unten. Ja. Hey, Silent, Silent, du hast deine Tage. Ja. Ich schäm mich nicht dafür. Nochmal, ja. Ich bin direkt tot fast. Oh, ich auch. Ja, die haben Level 13. Die hauen gut, ich bin down. Oh, Gott. Shit, Junge, ey. Ich brech ab. Ich versuch, dich mal irgendwie zu beleben. Ich bin schon wieder begeht. Ach, okay. Boah, ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Ja, die kommen ja aber auch aggressiv. Aber richtig, ey. So, einer ist weg. Der zweite auch. Oh, da kommen ja noch mehr. Wo sind wir denn hier? U-Bahn-Tunnel, Times Square oder was? Times Square, ja. Da hinten kommen noch ganz viele. Da kommt mir noch schon wieder die Nase. Das ist natürlich jetzt ganz schlecht. Noch viele? Oh, Gott. Ich bin mit dem einen schon beschäftigt. Alter, Schrotflinte! Na, ich bin schon wieder down. Ich habe übrigens eine neue Waffe. Hier, die werde ich gleich mal ausprobieren. Neue Side-Waffe. Eine Schrotflinte, eine abgesägte, wo der Alplex-Jäger rumschreit. Ey, hier ist eine Platze für einen von uns. Ja, für mich war zuerst hier. Oh, ich bin schon wieder fast down, ey. Ah, falsch, Taste. Alter. Das ist echt unnormal, ne? Wie aggressiv die sind. Boah, ich bin schon wieder down. Alter. Ich habe auch keinen Medi-Pack oder so. Aber ich bin ein absoluter Noob, ey. Ich kann dir gerade schlecht helfen. Ich bin hier selber extremst... Hier ist einer, direkt bei mir. Ja, ich... Ach, der ist down. Okay. Das ist gut gemacht. Vorsicht, es sind noch mehr! Oh, Gott. Hilfe. Hilfe, Hilfe. Oh. Autsch. Au. Aua. Aua. Ich bedanke mich recht herzlich. Aua. Aua. Boah, ich bin schon wieder öfter gestorben als, äh, alles andere. So. War doch easy. Oder nicht? Oh, ich habe einen Rucksack gefunden. Juhu. Oh, Medi-Packs. Die hätte ich gerade gebraucht, ey. Ich weiß, der schießt doch nicht. Wer denn? Machst du? Oh. Teamspeak wurde getrennt. Dein Teamspeak-Klein ist abgestürzt. Debug-Datei, die den Entwicklern helfen kann. Ja, ja. Mach mal. So, Leute. Ich muss mal kurz hier Teamspeak wieder... Oh, Mann. Neu connecten. Moment. Moment. Ich weiß nicht, ob der Seiler mich hören kann. In-game. Ich glaube nicht. Oh, jetzt startet das Teamspeak nicht. Leute. Na ja, komm. Wir spielen erstmal weiter hier. Komm. Ja, Momentchen. Da ist es doch. Ach, komm. Sag mir nicht, mein Teamspeak öffnet sich jetzt hier 50 Mal. Dann raste ich aber aus. Verbinden Sie bitte. Verbinden Sie. Wow. Connected. Channel-Switch. Error. Error. Hallo. Hallo. Ich bin erstmal rausgeflogen. Ja, hast du gar nicht gemerkt, oder was? Ne, ich hab die ganze Zeit weiter gebabbelt. Dass du dich nicht gewundert hast, dass ich so still bin. Doch, ich hab auf einmal gedacht, was ist los? Ich hab die ganze Zeit geredet, wir müssen hier lang, oh, Medipack, könnte ich hier irgendwo brauchen. Oder hier lang, oder da lang. Mein Tiefstück ist einfach abgeschmiert, ja. Stark. Ich hab keine Munition mehr. Hast du irgendwo Munition gesehen? Ja, vorne. Der Strom ist weg. Guck an dem Trafo arbeiten, ohne geröstet zu werden. Ich geh nochmal zurück. Komm mit. Wahrscheinlich kommt gleich eh die nächste Munitionskiste. Wahrscheinlich, ja. Wir haben uns hier hinten auch noch gar nicht so genau umgeschaut, ne? Hier ist bestimmt voll der gute Loot, pass auf. Bestimmt nicht. So ein Ilan der Gegenstände und so. Sehr nice. Oh, Loot, siehst du? Boah, wenn wir nicht. Alter, hä. Aber Lila ist eine andere Farbe, als das, was ich bekommen habe. Warte mal, ich muss mal gerade gucken hier. Aber die Munition habe ich immer noch nicht gesehen. Mit der Munition. Du hast ja gesagt, hier wäre eine Munitionskiste. Irgendwie habe ich hier 50 Mal Teamspeak offen. Hörst du mich noch, hallo? Ich höre dich, ja. Ah, okay. Weil ich eben draufgeklickt habe, wie so ein Bescheuerter. So, Leute. Der Alex hat geregelt. So. Wo hast du denn jetzt die Munitionskiste gesehen? Ja, ja. Warte. Wo ist sie denn? Komm mal zu dir. Ja, warte, ich komme. Wo sind wir denn hergekommen? Hier. So weit vorne. Wo sind wir noch reingekommen? Aber weißt du, was das beschissenste daran ist? Was ist jetzt genau? Dass sie jetzt die Teamspeak abgeschmiert ist? Nee. Dass sie das wieder schneiden muss, ey. Ist richtig. Oh. So, weiter geht's. Genau. Weiter geht's, Leute. Easy. To the street. Schon wieder zur Straße? Wir sind gerade erst runtergekommen. War es das schon? Seien Sie vorsichtig. Die Schülter werden die Rikers alarmiert haben. Sie laufen also quasi mit einer Zielscheibe auf dem Rücken herum. Und so ein wertvolles Ziel wie Sie werden die sich nicht entgehen lassen. So. Ich bin wieder verpeilt. Ich töte ja schon mal die ersten. Ja, mach du mal. Ich bin wieder, wie gesagt, ich brauche noch eine Minute. Wo sind sie denn? Oh, ja, hallo. Alter. Ah, Gott. Alex. Ja. Schau mal mein Körper schon hier hin. Ich bin immer so geil, dass die so unbeeindruckt gibt, wenn man denen so Kopfschüsse gibt. Ich mach mal die linken und du machst die rechten. Ich seh die rechten. Wir haben auch links wieder einen Sniper. Der Sniper ist down. Da muss ich die aushalten. Ein ganzes Magazin reingedrückt in den Typen. Alter, wie sie hier kommen. Nichts ist aber einiges los. Ein Rückzug. Ich bin down, oder? Oh Gott. Er läuft nicht. Er läuft nicht weg. Er läuft nicht weg. Oh Gott. Panik, ey. Wenn er sich manchmal nicht von den Muten löst, ne? Hast du das auch? Ja, aber selten. Da musst du nochmal X drücken, glaube ich. Oh, echt mies. Ja, kommt einfach. Immer mehr. Wenn du den Kopf triffst, dann sind die gar nicht so... Wenn? Wenn man überhaupt trifft? Eben. Vor allen Dingen krüppeln die immer so rum. Die laufen dann immer... Bleiben ja nicht stehen, die Arschis. Das ist korrekt. Ach du Scheiße. Vorsicht, links von dir. Auf Entfernung? Von mir? Von hinten? Oder was? Ja, links von dir. Da steht gleich einer vor deiner Nase. Er ist schwer verletzt. Ja, er ist schwer tot, würde ich sagen. Ich bin auf der anderen Seite. Bei den Rikern, oder was? Ja, auf der anderen Seite von denen geworden. Ich werfe mal eine Granate. Aha. Er ist auch schon... Ich weiß nicht, ob es ein Boss ist. Auf jeden Fall ein Goldener. Ein Gelber, ne? Aber er hat keinen Namen. Kein Boss. Die ist voll gebackstepped, Junge. So, war es das jetzt? Ja, da hinten ist noch einer. Alle tot? Ein Sniper. Oh. Alter, er hat mich erwischt. Ja, die machen gut Damage, ne? Ja. Alter, wie ich ihn nicht treffe. Der ist gerade in Deckung, oder? Jetzt guckt er wieder. Boah, der schießt einfach, obwohl ich ihn reindrücke. Der Arsch. Das ist, glaube ich, eine Frau, ne? Die Sniper sind eine Frau, ne? Weiblicher Sniper. Sind die immer. Sind die immer? Okay. Miesen. Fucker. Sag's ruhig. Sprich's aus. So, hier ist noch Loot. Ich hab modernen Kamuschal. Ich hab nur Medikit oder sowas. Juhu. Oh, Erste-Hilfe-Set. Da im Häuschen. Hier sind auch die Dinger bei mir drin. Die Überwachung ist... Dinger. Das, was wir suchen sollen. Ach so, stimmt, ja. Stimmt. Ich seh mir das Material über diese Agenten an. Sie können jetzt mit der Reparatur des Trafos weitermachen. Alles klar, Chef. Was wir alles machen sollen, ne? Ja, als ob wir irgendwie Elektriker sind. Genauso wie diese Nebenmissionen, wo du ständig irgendwelche Satellitenstationen oder so reparieren sollst. Aber soviel zum Thema Elektriker. Ich hab gestern versucht, Batterien einzustöpseln, ne? Ja, das, was ich gemacht habe, hat man sich falsch rum reingelegt. Also ich bin da genau der Richtige. Was ist jetzt an, als wäre es wichtig, zu dummen Batterien einzulegen, ja? Au. Ja, bei den Knopfbatterien passiert sowas ja immer schläfler. Ja, da weiß ich auch nicht, wo oben oder unten ist, aber das waren ganz normale Batterien. Da komm schon wieder neue. Oh, jetzt gesocks. Ihr Socks. Ihr Socks. Alter, wie der einfach einen Kopfschuss bekommt und einfach weiterläuft. Oh, weg. Oh, Gott. Gut, dass die Granaten immer eine Weile brauchen, bis sie explodieren. Gut, dass die angezeigt werden, ey. Sie haben Alex. Hat er jetzt nicht gesagt, aber... Sagen die oft, ne? Sagen die öfter ja mal. Oh, nice. Ja. Mit seiner eigenen Waffen geschlagen, den Bob, ey. Hallo. Nach vorne, Angriff, vorrücken. Ich bekomme die ganze Zeit nur Sachen, die schlechter sind als meine jetzigen. Wahrscheinlich liegt das an unserem ultimativ guten Daxon-Loot, den wir ergattert haben. Oh, oh Gott. Oh, Junge, mir läuft die Nase, ne? Ist schon wieder am Kuxen. Ne, würde ich niemals machen. So eine Ausrede. Achso, ich weiß, glaube ich. Wir müssen gleich an so einen Kasten, ne? Hab ich doch eben gesagt, oder? So ein Trafo. Ja, ich glaube schon. Aber wo ist denn der? Wir müssen auf jeden Fall irgendein Van finden. Ich meine, da haben die aber auch irgendwas vom Trafo gesagt, den wir reparieren sollen. Hier ist ein Van. Hier. Oh, der war das. Sogar. Ach, geil. Ich muss jetzt damit rumlaufen. Ich glaube, ich habe eine doppelläufige Schrotflinte. Ach, du Scheiße. Leg mal da Dinge hin. Ja, ich glaube, das ist wirklich besser. Kann der hier in Deckung gehen? Danke. Was ist denn die Schrotflinte überhaupt her? Ja, gute Frage. Ich habe die... Ich glaube, die habe ich vom Belohnungshändler, aber für die Vorbesteller oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. So einer bist du, ja? Solche Leute können schon leiden. Ich habe vorbestellt, ich habe den geilsten Shit. In the hood. Oder Season Pass, eins von M. Aber muss nicht sein. Kann doch sein, vielleicht habe ich sogar gecraftet. Ich habe mich auch ein bisschen gecraftet in letzter Zeit. Aber nicht viel, denn leider sind die Kraftsachen voll kacke. Das finde ich irgendwie komisch und schade. Die Blauhausen muss man erst finden. Eine geil Blauhausen finden wirst du. Kannst du auch gerne einen Shit craften, aber... Wenn ich eine Quest mache, die auf meinem Level ist, möchte ich auch gerne eine Blauhausen, die auf meinem Level ist. Aber meistens bekommt man voll die Kack-Blauhausen von Level 7-Gegenständen oder sowas. Also ich habe bis jetzt ganz selten mal was benutzen können von den Blauhausen. Oh, ich mache gerade hier Mohammed Ali, Junge. Ja! Ich weiß gar nicht, dass Mohammed Ali Asiator war. Ja, das habe ich letztens aber schon mal gemacht. Bei The Evil Within habe ich auch Mohammed Ali... Wow! Das wissen wir gar nicht... Oh, noch mehr! Das kennen wir ja schon von dir, dass du gefährlich im Halbwissen bist. Ist mir aber egal. Weil ich habe Spaß an meinem gefährlichen Halbwissen. Und man darf ja nicht verwechseln, dass ich seltenst, wenn ich sowas sage, seltenst irgendwas ernst meine. Richtig. Wenn ich was ernst meine, dann sage ich das auch. Dann habe ich auch eine ganz... Dann habe ich auch eine ganz andere Tonlage. Du hast dir das extra nochmal. Oh, dieser Pisser mit seinen Drecksgranaten. Jetzt haben wir da so einen goldenen Arsch, der sich da hinten... Die müssen auch langsam mal das Ding in den... da rein schuppen, wa? Ach stimmt. Kommen die denn nach? Ich glaube, die kommen so lange, bis das Ding gleich da drinne ist. Okay, aber dann hole ich das schon mal. Bring es schon mal ein Stück näher. Oh Gott! Ich bin down. Was denn? Oh. Damit habe ich nicht gerechnet. Dass der dann noch um die Ecke kommt. Kannst du zu mir kommen, so ein bisschen? I'm on my way. Langsam. I'm on my way. Seh dich aber gar nicht. Ich bin ja auch ziemlich weit. Ach da. Ah. Lass uns mal fallen. Ach, scheiße. Nee. Nein! Ja! Klappt noch, oder? Ja, aber du musst jetzt mega lange warten. Also geh weg da. Geh weg, geh weg, geh weg. So. Nee, ich habe genug. Nee, geh weg. Hab ich noch Lebensenergie? Geh weg! Oh! That was fucking close. Die Animation fürs Heilen war schon... ...durch eigentlich. Ja, ich bin ja auch genau in der Sekunde aufgestanden, wo du... Ja, nee, ich meine auch meine eigene Heilung. Was geht gleich los, Junge? Zeige ich dir, ey. Alter, der... Der macht ganz schön Schaden, der Typ. Aha. Wo ist der Typ tot, der Goldene? Ja. Oh, nice. Jetzt sagen wir mal... Guck hier noch irgendwo Loot? Ich meine, der lag noch irgendwo Loot. Egal, ich hol mal die Kiste. Oder an die Kiste schon. Müssen wir denn hin überhaupt damit? Ich glaube, hier zu dem Punkt. Zu dem Taxi. Sicher? Ja, der ist auf jeden Fall so ein Questmarker. Bei mir nicht. Bei mir ist der mitten am Platz da. Also bei mir ist der hier. Der ist auch, glaube ich, dieser Transformator. Ja, ja. Hier blinkt... Okay. Ah, jetzt. Jetzt werden wir umgesprungen. Fort für Boxen. Au. Der einfach weiterläuft. Ja, ist klar. Ich bin tot. Ja, Gäser. Er hat eine Granate. Schon wieder ein Goldener. Stufe 14. Jawohl. Ich bin jetzt auch sofort. Voll der Vorteil jetzt, weil die Gegner alle noch Stufe 13 sind. Aber ich glaube, das ändert sich gleich. Wenn wir dann nämlich in das nächste Areal kommen. Die sind, glaube ich, auch alle Stufe 14. Weiter, da kommt noch ein Areal. Stimmt. Auf jeden Fall ist hier noch kein Boss. Und so lange ist die Mission jetzt noch nicht. 25 Minuten. Tag, Stufe 14, Junge. Ja, stimmt. Wir haben vor der Aufnahme noch umgestanden. Bis wir alles so weit rausstellen. Aber wir können die Episode gleich mal abmischen. Nee, sollte es egal sein. Jetzt hier kurz bevor das Finale eingeläutet wird, wollen wir die Leute mal hier schön auf die Folter spannen. Das mögen die am liebsten. Dann müssen Sie nicht sofort verschwinden. Sie müssen noch einen Moment da bleiben und abwarten, ob alles richtig hochfährt. Den Bereich verteidigen, okay. Das heißt, wir bleiben hier. Ja, ich brauche es mal nicht zu. Und nach allem, was Sie auf dem Weg hinein angestellt haben, dass die Blut sehen wollen. Die Frage ist, ob wir dann jetzt noch abmoderieren und das wirklich verschieben oder ob wir es noch durchziehen können. Ich hörte gerade fliegende Ratten. Ich hab fliegende Ratten? Ja, abmoderieren ist zu spät. Da kommen sie. Dass die Feinden nicht entdeckt wurden. Ah. Leute, heute gibt es eine X-11-Folge. Bitteschön. Ich bin gleich down. Oh, da kommt schon wieder einer. Ja, mit deiner scheiß Schrautflinte. Geh weg. Hä, das ist ein ganz klarer Headshot. Ihr könnt euch beim Onkel Alex bedanken, dass er mit seinen fliegenden Ratten das so lange hingezögert hat, bis die nächsten Gegner kamen. Ich bin nämlich ein echter Profi. Manchmal glaube ich ja. Wolltest du denn fliegende Ratten? Ja, ich hatte diese Animationsfehler halt. Panzergefäder. Hä? Manchmal glaube ich ja, dass wenn wir beide zusammen zocken und ich dann irgendeine Scheiße mache, dass du dann denkst, so, was macht der eigentlich schon wieder für ein Mist? So, wie jetzt gerade mit der... Hä, hä, hä. Manchmal siehst du irgendwelche Sachen, wo ich mich frage... Ja, aber ich meine auch, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja komm, wir machen das noch zu Ende jetzt oder so, ne? Boah, das geschützt gerade laut bei mir. Dass du dir dann denkst, Junge, was labert der eigentlich für eine Scheiße? Hä, hä, hä. Ich will hier Pause machen, ey. Hä, hä, hä. Ne, das ist halt aber auch, ich kann das auch nachvollziehen. Aber ich hab halt so, ich weiß nicht, ob... Oh Gott, Moment. Ähm, manchmal will ich halt gerne, ich will das nicht ungerne auseinanderpflücken, weißt du, aber manchmal sind die Folgen halt auch so lange, dass sich das keiner mehr anguckt, dass dann keiner so lange davor sitzt, ne? Ja, 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 deswegen... Aber ich bin auch nicht der... Also ich will auch eigentlich nichts auseinanderflippen, so. Aber das ist halt immer so zwiegespalten. Ja, jetzt gerade war echt ein bisschen ungünstig. Was siehst du? Ich hab jetzt aber auch nicht gedacht, dass wir hier bleiben an der Location. Sniper? Da haben wir einen goldenen Sniper, ja, ja. Lass uns erst mal die ganzen anderen wegmachen. Wo der Sniper natürlich gut verteilt, ne? Oh Gott, hier ist auch noch ein goldener, goldener Typ, Granate. Zeig dem Granat, hier, kriegt er wieder. Ich glaube, irgendwas, was Schaden macht an Granaten. Oh, weg hier! Da ist noch ein anderer Typ mit Sniper. Direkt neben dem goldenen Typen natürlich. Oh Junge, der Golden hatte gerade drei Granaten von sich selber. Oh, komm, ey, wappen Bobo, ey. Oh Mann, der war doch easy. So, jetzt... Ah, da sind noch mehr Sniper. Oh je, oh Gott! Hast du gerade auch gesagt, ne? Oh, ich glaube, es sind zwei Sniper, ja, ja. Ein lilaner und ein goldener. Boah, Junge, hast du den gesehen? No look. Ohne Hände. Keine Munition mehr! Sprecher. Sniper ist down. Ah, hier ist direkt in der Munitionskiste. Sehr gut gemacht. Aber da kommen direkt neue, glaube ich. Es leuchtet wieder rot. Ja. Ja, da kommen sie schon. Wie meinst du eigentlich, wer hier ist? Da kommen wir vor die Geisteskranken. Das wäre direkt die erste Idee, die ich hätte, wenn so eine Spezialdivision kommt. Auch wenn es nur zwei Leute sind. Rauszulaufen und mit Dauerfeuer nicht direkt vor die stellen. Nee, meine nicht so wirklich, aber gut. Du würdest mal da weggehen, ne? Einer ist hinter dir, einer ist rechts von dir. Ja, ich weiß. Ich merke es. Oh, hier ist blauer Lut. Oh, du bist ja tot gefasst. Ja, ja, ja. Aber ich wollte dich nicht unter Stress setzen. Ich bin jetzt down. Ich versuche gerade... Warte auf Wiederbelebung. ...das Ding hinzustellen. Ja, halte dich erst mal. Ich, ähm... Der Vollstrecker, Junge. Der Vollstrecker hat mich gekillt. Ja, weitere Feinde. Ist klar. Da muss ich dich jetzt beleben. Ansonsten wird das nie was. Mach mal. Oh, das gibt nichts. Wow. Das war echt knapp. Hier ist ja auch keine Wiedereinstiegszone, ne? Da muss ich jetzt gucken, wie ich das hinbekomme. Denn... Alter! Ich bin so gut wie down. Hast du gesehen? Oh, Mann. Das ist so nervig, mit dem du keine Wiederebelebst. Wieso bin ich auch hier? Ich bin... Guck mal, wo ich gestorben bin. Der bittet auf dem Platz, ey. Dümmer geht's ja mal nicht mehr. Wer hat denn da so gedrückt? Mit einem Schuss direkt. Wer mir da so gedrückt hat? Ich glaube, ein goldener Sniper. Die drücken relativ, äh... Bist sehr gut. Ah, ja, stimmt. Das ist sogar der Boss. Slingshot. Slingshot, Junge. Was will der? Hat der eine Zwille oder was? Warum heißt der Slingshot? Heißt Slingshot nicht, äh, hier? Ja, ja, ich glaube, äh... Steinschleuder. Mhm. So eine Slingshot. Bildungsauftrag für heute auch wieder erfüllt. Sehr gut. Weitermachen. Ich glaube, das kann jetzt noch Jahre dauern, wenn ich das alleine machen muss. Ja, du kannst... Ich müsste irgendwie schaffen daran, an denen vorbeizukommen, aber... Ich weiß nicht, ob du dich bei mir hier... Hier ist ja so eine Barrikade. Ob du dich da hinlegen kannst, ob die Reichweite dann reicht, weißt du? Wenn dich da hinsetzt. Hm. Weil ich kann mich ja null bewegen, ist das Problem. Ja, ja, klar. Wow, was hat denn das gerade? Einer... Alter, was ist hier los? Glitchst du in den Boden? Ich würde dir so gerne helfen. Was ist mit dem Boden? Glitchst du in den Boden? Ich weiß nicht, was da gerade passiert ist. Das war sehr merkwürdig. Ich habe auch voll viel Schaden bekommen, auf einmal. Oh, nee. Obwohl ich eigentlich... Das wollte ich jetzt nicht. ...nicht in der Zone drin war, wo die Granate lag. Sie können immer noch wiederbelebt werden, nachdem sie ausgeschaltet wurden. Eine Wiederbelegung in diesem Zustand dauert jedoch länger. Warten Sie darauf, dass sie ein Teamkamerad wiederbelebt. Danke, scheiß Info-Panel-Carrie-Style. Hätte jetzt nicht gedacht. Ich versuche mal hier meine drei Balken wieder voll zu bekommen. Ich muss hier gerade so ein bisschen rumpimmeln. Und dann versuche ich noch zwei, drei auszuschalten und dann versuche ich nochmal zu dir zu kommen. Es sind auf jeden Fall ziemlich viele Versuche, die ich da vorhabe. Wenn das alles so klappt, würde ich da ziemlich gut an. Oha. Oh, der Sniper-Typ, ne? Zeigt mich extra schon immer nur ganz kurz. Und der drückt einfach. Der drückt einfach, Junge. Einfach so. Also wie ich hier liege, sieht ziemlich ungemütlich aus. Ey. Ich könnte nochmal versuchen, eine Granate zu werfen. Aber ich wette, da bekomme ich auch noch einen ab. Kann ich überhaupt zu weit werfen? Nee. Oh, ja. Doch. Ja. Boah, er ist im Handgelenk. Wirft der einfach. Zack, Junge. Er hätte vielleicht eher Baseball-Profi werden sollen. Oder Football. Oder Quarterback. Waren wir vielleicht im normalen Leben. Stimmt, aber nützungsweise. Ein dicker Eingedrückt bekommen wieder. So, erstmal mein Medikit wieder aufstellen hier. Boah, das ist so nervig, wenn du tot bist, ne? Ah, ich glaub das. Ich freu mich schon noch mega lang freilich. Aber gut, könnte nichts machen, ne? So, Leute, ne? So. So. Lilan habe ich gleich alle weg. Das ist sehr gut. Was? Der lebt noch? So, Lilan, da sind, glaub ich, alle weg. Dann hilf mir. Werde ich jetzt mal versuchen, irgendwie zu dir zu kommen. Oh Gott, ja, er drückt mir natürlich. Kannst du nicht hier dein Dings ausstellen? Und nicht hier hinter die Barrikade hauen? Ja, das wäre natürlich optimal, ne? Ich kann das doch irgendwie so, dass es in deinem... Ich kann das doch zu dir werfen, oder? Ne, da kann ich mich nur wieder belehnen, wenn ich auf den Knien bin. Ach so, stimmt. Aber du hier bei mir siehst du diese schwarz-blau-rot-weiße Barrikade? Ja, ich seh's. Ich guck mal gerade, ob das klappt. Geht das? Ne, das klappt natürlich nicht. Ich guck mal, ob die hier klappt. Die ist ja noch weiter weg. Die klappt auch nicht. Aber die sind gerade irgendwie beschäftigt. Was machen? Meist du spielen dann nicht selber rum, oder was? Ja, ja. Irgendwie bist du gerade voll am Längen. Die laufen da irgendwie rum, wie die Bobs. Keine Ahnung warum. Jetzt kriegst du einen Headshot, bist du tot. Da würde ich lachen. Boah, Alter. Drückt der mehr das mal. Nice. Und nochmal. So. Das ging ja fix. So, welcher davon ist Slingshot? Der Linke. Das ist zuerst mal den rechten Killen. Der sich nicht zeigt. Ich versuch den mal zu flankieren. Das ist ein blaues Item. Wuhu, wuhu. Was ist das denn? Zieloptik. So, ich flankier die beiden jetzt hier schön. Die haben ja den Schutz kaputt gemacht, die Wichser. Slingshot ist voll der... Voll der... Keine Ahnung, so ein Superheld. Der hat so ein Cape an. Das muss voll der Superheld sein. Ja, was dir so gedacht, mein Freund. Nice. Einschneip er weg. Der Slingshot lebt. Boah, da habe ich gerade zwei Headshots gedrückt, ey. Ja, ich habe ja schön in deiner Richtung geguckt, ey. Wir holen jetzt Zielperiskop raus. Warte mal. Beschäftige dich mal ein bisschen. Ja, ich hätte mir gerade erst mal ordentlich einen reingedrückt. Ich hoffe. Boah, ich mache ja ganz Niki-Biki Ninja-like. Ja, ich sehe es. Jetzt habe ich ihn. Haha. Ich habe erstmal geschützt auf. Direkt neben dem. In die Ecke getrieben, Junge. Bats! Jawoll! Das Netz ist wieder stabil. Und die Leiterbräer aus. Oh, ich habe eine blaue Pumpgun bekommen. Eine neue Schrotflinte. Die Quest. Und er hat nochmal eine M1 A Classic fallen. Was ist denn für ein Sniper-Gewer? Ne, M1 A Classic. Oder M44. Ne, M1 A. M1 A. Und Expeditions-Schoner. Doch, dann sei es, äh... Sniper-Gewer ist, ja. Aber schon. Na gut, ich würde aber sagen, das war es jetzt endgültig. Genau, erreicher jetzt. Das ist die längste Folge ever. Ja, bei mir nicht, glaube ich, oder? Ne, ist es bei mir auch nicht. Aber auf jeden Fall eine der längeren. Gut, liebe Leute, ich hoffe, ihr seid noch dabei. Wenn nicht, dann hört ihr das jetzt eh nicht. Und an alle, die immer noch dabei sind, äh... Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben. Genau, sonst zeichnen, damit wir wissen, wer die treuen Leute sind. Alex ist cool in die Kommentare. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Dann machen wir die Quest fertig. Also, wir werden das Questgebiet dann verlassen. Und dann geht's weiter mit der nächsten Hauptmission vielleicht sogar. Was aus ein paar unserer Kollegen aus der ersten Welle wurde. Das macht mich nur noch entschlossener. Merken Sie sich meine Worte. Das ist nicht die ganze Geschichte. Okay, wie die Geschichte weitergeht, erfahren wir beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao, Leute. Ciao, Leute, hau rein.